so kann ich system check alles grün er kann ich eigentlich auch so hinfliegen oder geht es nur über diesen menü punkt weil ich habe irgendwie das gefühl dass ich dass sich da nichts ändert also der planet wird nicht größer okay also ich hätte gedacht man kann sich nähern und dann landen aber anscheinend nicht so 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 Oh, komm mal her, ich werde dich auch hören. Ja, muss ich. Ich würde gerne meine Schiffe sehen und modifizieren. Oh. Ja, von den Dingen kann ich die Farbe nicht ändern, ne? Alles klar. Hätte sicher noch besser sein können, aber okay. Zeig mir, was wir Schiffe tun. Junge, okay, der ist ja riesig, Mann. Einige was, okay. Galeo. Okay, das sind alle gleich. Viewport, okay. Ah, pack mal das weg. Okay. Jetzt müssen ich kurz mal was schauen. Habe ich hier irgendwo die Möglichkeit, dass ich Sachen... ähm... Lager. Welche Weise? Navigation, also das ist eine Forschungsstation. Ah, schau, Ausrüstung. Helmboost. Waffen. Irgendwie... Habe ich da kein Lager dafür? Forschungsstation, oder? So eine Kiste wäre halt cool, ne? Wo ich das einfach ablegen kann. Da muss ich nicht ganz halt die Ausrüstung mit mir schleppen. Ich muss das kurz mal probieren, ob das funktioniert. Das... Oh, lol, das geht. Okay. Willkommen im Western hier. Ja. Du hast zu wenig Gesundheit. Okay, na gut, das ist nämlich genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich kann dir sagen, dass dieser unprovoked Attack auf einer unabhängigen Forschungsfassilie auf einer unabhängigen Forschungsfassilie wird nicht unabhängig sein. Ähm... Ähm... Muss ich bitte da mal reden? Okay. Kein Problem. also die stadt sieht immer so belebt aus ne also schauen wie viele leute einfach hier rumlaufen ist das was ich meine wenn man wenn man city macht dann sollen da auch leute rumlaufen soll belebt sein was geht alles klärchen wir machen wir fahren da jetzt glaube ich mit der straßenluftbahn ist auf jeden fall interessant was hatten der wenn scheiß hut man ok mass district ich glaube ganz ehrlich dass das spiel einfach riesig ist also ich bin ja noch am umfang aber es wirkt so wie dass es einfach so viel zum entdecken gibt dass ich wahrscheinlich bis jahresende damit verbringen könnte ich kann mich erinnern an fallout 3 wo das anders ich weiß noch wo ich fallout 3 das erste mal angefangen habe da wusste ich noch gar nicht wie viele stunden auf mich zu kommen was so viel scheiße machen kann ich habe messen die anderen memberen der constellation Okay. Vielleicht sollten wir uns umziehen. Guten Morgen! Ja. Piratenangift, Barrett hat mich gebeten euch das Satefakt zu bringen, das ist egal, ich habe euer Vater, wer bist du? Ich will erstmal wissen wer überhaupt ihr seid, die Konstellation. Ich sehe. Vasco, verifiziere. Alle Statements gemacht haben faktuell. Der Typ sieht einfach aus wie der Böse von Spider-Man, der grüne Kobold. Ja. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Ja, ich habe es gesehen. So, helle Lichter und Musik. Ich rede nicht darüber, das Ding hätte mich fast umgebracht. Wie oft ist das schon passiert? Wer hatte diese Vision noch? Es ist eine gute Frage, was wir da machen. Ich rede nicht darüber, das Ding hätte mich fast umgebracht. Wie oft ist das schon... Wir denken, es ist jemand anderes, der einen aus dem Rücken rauskommt. Okay. Warum? Wir sind noch nicht sicher. Also, wenn du nicht interessiert, noch einen anderen Datapoint. Interessant. Es ist ähnlich wie Barrett's Description der Erfahrung, mit weniger Embellishment. Ja. Ich habe ein Meeting zu. Ich muss aber sagen. Wenn das das größte Mysterium im Universum ist, warum könnte es nicht Teil des ultimates Mysteriums sein? Aber, Herr Präsident, können wir bitte fokussieren? Noelle. Ich denke, es ist Zeit, dass wir deine Theorie testen. Genau. Mal sehen. Wir wissen, dass die Artifakte sich aneinander reagieren. Die Stücke, die wir bereits haben, gehen, wenn sie in nahem Kontakt sind. Jetzt, wenn wir diesen neuen zu den zwei, die wir bereits haben haben, das Artifakt. Schön erledigt. Gibt sicher mehr. Sieht aus wie ein Teil vom Raumschiff, Alter. Ja. Das ist es. Sie reagieren. Schau mal, wie sie zusammenkommen. Die Energie, die zwischen ihnen armen, kein Material produziertes in den Systemen kann das. Niemand von ihnen. Ja. Sieht aus wie ein Planeten, Mann. Sieht aus wie ein Planeten, Mann. Sie ist nicht der einzige. Wenn sie zusammenkommen, das bedeutet, dass es ein Set gibt. Hm. Ja, stimmt. Sieht aus wie ein Teil vom Moment. Aber was werden wir hier mit unserem neuen Freund machen? Na, ich denke schon. Was wisst ihr über die Artefakte? Ja. 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 Okay. Ja. Ich glaube, dass du etwas verdient hast. In addition zu Krediten. Warum können wir dich nicht mit einem Backpack mit ein paar Boost-Kapabilität setzen? Ja. Ja. Gut. Ich rede mich jetzt nicht anders von der Seite. So. Kampf Ballistik nachkommen, wo wir ja 100 Konflikte haben. Dann kann man das entsperren. Das kann ich glaube ich gar nicht anlocken. Was ist Social? Plündern. Das zusätzliche Credits findet. Was haben wir da oben? Der Gesamttrager-Gapabilität um 10 Kilogramm. Das ist ganz gut, glaube ich. Ziemlich viele Sternensystem, Alter. Oh, das ist mal die Luftausgänge oder was? Ich spreche mit einem Wissenschaftler beim Baum. Das sieht mir nach einer Kleidungs-Boutique aus. Herrerausstatter. Was geht, Kollege? Was ist das? Was ist das? Ich weiß, was ich mag. Das ist nicht gemeintig. Ich pass mich mal an. Anzug Neo City Copwear. Was ist das? Oh. 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 Das sieht dann ganz cool aus. Das sieht dann ganz cool aus. Was ist das? Okay. Sorry. Nee. Nee, ich glaube ich bleib bei dem hier. Das ist Freizeit. Oh. Das nennen wir mal. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. So, jetzt gehen wir auf den Rucksack. Anzug. So, overall. Sieht ganz cool aus. Mr. Worldwide, würde ich mal sagen. Was ist das? Orient Tower. Hm. Wohnungen. Ich würde es halt gern wissen, wo ich meine Sachen hinpacken kann. Ist hier unzugänglich. Okay. Gewicht heben. Ja, da habe ich keinen wirklichen Aussichtbrecher ein. Aber wir wollen es ja mal gut angehen. Und jetzt nicht übertreiben. Und dazu zu Gangster sein. Sondern wirklich freundlich die Stadt abchecken. Und dann zum Schluss, wenn wir da ein bisschen stärker sind. Dann machen wir hier das Chaos. Und jeder kennt es. Man geht hin. Man speichert es. Quick Save. Und dann ballert man jeden über den Haufen. Also eigentlich das, was ich vorher gemacht habe. Ja. Das ist CJs. Das ist ein MxC. Das ist ein MxC. Das ist ein MxC. Das ist ein MxC da. Tschüss. Oh no, das wollte ich eigentlich nicht. Sorry, alte Gewohnheit. Ja, das werde ich eigentlich nicht auspacken. Athena Tower. Was ist das? Centauri in Arsenal. Centauri in Arsenal. Arsenal? Da kann ich nicht waffen kommen. Warum das nicht zu mir? Ja. Okay, was hat sie? Marksman. Die sieht nicht schlecht aus. Grendel. Ein Schalldämpfer. Wir haben aber einige sein Credits. Ich könnte ja was verkaufen. Wendungsbremse. Rettungsachs. Kraken, alter. Kannste haben. Lasergewehr, ein Cutter. Was heißt vier, alter. Achso. Weil ich sie eben favorisiert habe. Weil ich sie eben favorisiert habe. Junkies. Was soll jetzt nicht laden? Das ist Klamotten. Sieht aus wie so ein Social Hub. Wohndistrikt. Was ist das mit dem CO2, wenn er zu lang läuft, dann verliert er Leben oder was? Zumindest hört es sich immer so an. Als würde ihm dann die Luft fehlen. Oh, nicht schlecht. Ja. Zumindest können wir ein bisschen laufen. Medical Bay. Okay. Ja, gehen wir da rein. Und dann fragen wir die Sarah, was sie jetzt will von uns. Und dann sehen wir sie. Wenn ich freundlich bin, lege ich halt keine Rüstung auf. Aber. Ist halt so. I am at your service, Captain. Ja, ja. Ich bin bereit. Okay. Gut. Ich bin bereit. 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 Wir werden zusammenarbeiten, bis wir ein Artifakt finden oder diese Liede dreht. Okay. Wir gehen nach Mast. Ich bin bereit. Mit dem Vanguard-Rekrutungshof, wo mein Kontakt funktioniert. Und hör. Ich bin bereit. 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 mit meinem Sofa. Problem. Warte mal, ich hilft. Äh, okay. Alles klar. Gut. So, gehen wir einfach weiter. dann auf nach new atlantis würde ich mal sagen ja 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 er sieht halt cool aus sieht irgendwie so aus wie fallout nur nur neuer wie kommt man da wo ist denn da vorbeigefetzt war das sie warum hat eigentlich sie einen rucksack und ich nicht okay das heißt es geht da oben rauf must ok dann reden wir mit den typen hier so eine neue spieler hey you ever think of joining up with the vanguard up the united colonies or some credits even get your uc citizenship Vielleicht später. Gut, gut. Du kannst mich nicht aufhören, oder? Ich meine, ich habe immer noch nicht gewohnt, dass ich Sarah wiederholte. Es ist ein Spiel, das wir spielen. Er fragt. Ich sage nicht. Hier ist das, was ich für dich habe. Vanguard-Volunteer mit dem Namen Moera. Sie hilft, die alte Stadt zu kontrollieren. Sol, Mars, Neptun, du weißt. Ja. Das Sol-System? Welcher Admiral hat er verletzt, um das zu posten zu bekommen? Er ist Martian, geboren und geboren. Nicht, wie ich jemand anderes verbrauchen kann. Wurde ist, er hat ein kleines Metall-Ornament, das er den alten Grundern gezeigt hat. Das ist die Description, die Sarah mir gab. Wenn er auf der Patrouille ist, gefährdet das unser Objekt. Oh, er geht viel zurück. Ich glaube, er war Rekruter Nummer 81 oder so. Okay, also doch ziemlich lange. Okay, wir können ihn sicher überzeugen. Okay. 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 Nothing wrong with the little refresh between patrols. Ha. 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 Wir können das auch mir mal helfen, Alter. Ja. Ja, denke ich auch. Ja. Fragen Sie Tony nach Moera. Und John Twala. John Twala! Ja. Let's go. Wo muss ich hin? Wo ist denn das jetzt? Sprich mit Noel über die Unterbringung. Wer ist Noel? Ja. Zeig mir mal. Ich spreche mit Noel über die Unterbringung. So, jetzt würde ich mich mal interessieren, welche Missionen es gibt. Äh, Missionen. Okay. Alles, Aktivität. Was ist Aktivität? Sprich mit der Kommentar darüber. Mal sprich. Okay. Ich spreche mit Noel über die Unterbringung. Das machen wir mal gleich. Was geht's? Wobei wenigstens. Okay. Sarah hat von einem Zimmer für mich erzählt. Okay. 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 Hm. Hm. Sebastian Banks, Constellations Founder, hatte dieses Platz seit Jahrzehnten. Es war ein großes Thema zu tun, aber die meisten Leute in der Stadt haben vergessen, dass wir hier sind. Okay. Das sieht eh einfach aus. Ja. Das sehen wir eh gleich, ob das passt oder nicht. Ja, ja. Hm. Dann könnte es sein ganzes Face Reveal übertrachten. Ja, gut. Ja. Ja. Okay. Ja, gut. Zu einer Sache würde mich noch schnell interessieren. Dann kann man sie einmal muten und ihr hört es trotzdem, glaube ich. Sollte eigentlich funktionieren. Das geht gut. Ja. Das geht gut. Danke, tschüss. Aha. Genau das machen wir jetzt so. Lagern. Den lagern wir. So, Rucksäcke. Lagern, lagern. Richtig messy, Alter. Lagern. So, Waffen werde ich nicht alle dabei haben. Macht vier, macht drei. Sehr nett zum Eins. So ist dies. Wahrscheinlich, oh. Ah, siehste, ich habe mehr von den Scheißdingern, ne? Ja, dann kann ich das eigentlich verkaufen. Von dem habe ich auch zu viel. Echte Witz, äh, gut. Kein Thema. Jetzt muss ich einen Händler suchen. Und dann verkaufen wir einfach noch ein paar Sachen. Ich bin sowieso bei solchen Games. Mehr der Typ, äh, also Fan von Pistolen und so weiter. Geht mir halt einfach immer die Aussau aus. Warum hat sich gerade so geschrien? Ich darf nur, wo er leistet, dass du ein Schaden. Okay, kein Problem. Was ist jetzt mit seinem Genick los? Okay, so wie es aussieht. Nein, das weiß ich nicht. Ah, wann. Okay. Okay. Vielen Dank.